Das Haus Das ist die Kuchel. In der Kuchel muss man Kuchel. Das ist das erste Zimmer. In dem ersten Zimmer soll man Essen und Freunden treffen. Das ist das Wohnzimmer. Hier kann man entspannen. Zum Beispiel kann man hier Fernsehen. Das ist das Schlafzimmer. Hier sollen die Eltern schlafen. Das ist das Schlafzimmer. Hier muss man sich durchziehen und sich die Zimmer putzen. Das ist das Ankele-Zimmer. In dem Ankele-Zimmer kann man die Kleine wählen und sich anziehen. Das ist das Kinder-Zimmer. In dem Kinder-Zimmer soll man schlafen und die Hausausgabe machen. Das ist der Garten. In dem Garten soll man fliegen. Zum Beispiel muss man die Blumen gießen. Oder man kann ihn von den Grillen. Das ist in der Rache. In der Rache kann man das Auto unterbringen. Das ist das Schmimmat. Hier kann man schminken. Das ist das Schmimmat. Hier kann man schminken. Das ist das Schmimmat. Das ist das Schmimmat. Das ist das Schmimmat. Untertitelung des ZDF, 2020